Musik Noch eine Geschichte für die Käfer-Revue hier in Gelskirchen bei der Firma Kummatat. Kummatat ist der Experte, was das Thema Käfer-Tuning betrifft und wir machen einen Werkstattbericht, in dem wir zeigen, wer dahinter steht und vor allem, was Firma Kummatat wirklich leisten kann. Das Ganze geht so weit, dass sogar die VW Classic hier arbeiten lässt. Musik 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 Der Motor, der da uns in den Vollstrecker war, ursprünglich waren dann die 48 IDA drauf, da hat der Motor exakt 210 PS gehabt. Dann hatten wir die mal, hatten mal ein paar 46 IDA, die haben auf 50 mm erweitert. Dann hat der Motor exakt 10 PS mehr gehabt. Und vorher drehte der so bis 7, 2, 7, 3 und dann drehte der gleiche Motor schlagartig bis 8.000. Weil bei so einem großen Einzelhubraum, die Luftmasse, die da durch muss, das reicht bei der 48 IDA aus der Klappe gar nicht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.